Hallo, wir sind die gewerblichen Auszubildenden der Firma Denner und stellen euch jetzt unsere Ausbildungsberufe vor. Hallo, ich bin der Tobias Bayer, bin im ersten Lehrjahr und lerne den Beruf des Betonverdächtheitsbaus. Diese Ausbildung dauert drei Jahre und ist im Dualsystem angeordnet. Meine Tätigkeiten sind unter anderem Schalen, Bewehren mit Betonstab und Leerrohre für Strom in die Bewehrung einbinden. Danach geht es zu Betonieren. Hierbei wird an der Betonierstation der Beton in die Schalung eingefüllt und mit der Schaufel grob verteilt, bevor es zum Rüllen geht. Danach werden die Wände verrieben und geglättet. Am nächsten Tag ist dann der Beton soweit trocken, dass man ihn ausschalten kann und zu unseren Modulen zusammenbauen kann. Mein Fazit heraus, mir macht die Arbeit Spaß mit den Kollegen und man sieht, was man mit Beton alles machen kann. Ich heiße Max Wichler, bin im Zweiten Lehr als Industrieelektriker. Es ist eine duale Ausbildung und dauert zwei Jahre. Die Tätigkeiten im Allgemeinen als Industrieelektriker sind das Verlegen von Stromleitungen in den Modulen und die Überwachung der Anlagen in der Produktionsfalle. Meine Tätigkeiten sind Halterungen an die Moduldecken zu schießen, dann die Leitungen verlegen in den Modulen und in die Dosen ziehen. In diesen Dosen werden dann Schalter eingebaut, Steckdosenbrücken schneiden und amissionieren. Anlagen warten. Also das Fazit, mein Beruf ist abwechslungsreich, da ich viele verschiedene Sachen mache und meine Kollegen sind auch alle cool drauf und wir sind ab und zu auf Baustelle und Reparaturen dazu. Hallo, ich heiße Heri Kugleif, bin 18 Jahre alt, bin Auszubildender im ersten Lehrjahr als Anlagmechaniker für Heizungssanitär und Klimatechnik. Meine Ausbildung geht dreieinhalb Jahre und ist in einem Planensystem. Die Tätigkeiten im Allgemeinen des Anlagmechanikas sind, dass wir Heizungssysteme in den gewissen Modulen einbauen im Hauswirtschaftsraum und Arbeiten von Sanitärsachen. Dazu gehören zum Beispiel Einbau von Toiletten, von den Waschbecken, von den Badewanen und von den Duschen und ab und zu von Schränken, falls es so vom Kunden gewünscht ist. Mein Tag beginnt so, dass ich frühst in die Firma reinkomme, da dann anfange ich Sachen vorzubereiten, zum Beispiel den Verteiler für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss. Danach gehe ich meistens mit dem Verteiler ins Modul rein, schließe ihn dort an. Ja, wie man den anschließt, ist es so, dass man zwei Rohre mit Kupplungen zusammen, die zwei Rohre zusammensteckt und dann jeweils das festpresst und das Rohr dann, was aus dem Boden rauskommt, dann in den Verteiler reinschraubt. So wird dann die Fußbodenheizung angeschlossen. Danach gehe ich rüber zu den Fertigmontagen. Dort helfe ich meistens im Wagenmodul die Waschbecken einzubauen und anzuschließen. Und zum Schluss laufe ich meistens um die Module rum und schaue dann, ob ich irgendwelche Gartenleitungen kürzen muss, denn die könnten beim Transport beschädigt werden. Und mein Fazit über den Beruf ist, der gefällt mir sehr, weil er sehr abwechslungsreich ist, weil man nicht nur im Betrieb ist, sondern auch außen meinen Kunden. Und man sieht dann auch direkt, wie das gewisse Bauvorhaben oder das Econhaus eingerichtet wurde für den Kunden. Mein Name ist Fabian Paul, ich bin im dritten Ausbildungslehrer als Zimmerer. Die Ausbildung dauert drei Jahre und ist auch eine tolle Ausbildung. Im ersten Jahr allerdings ist man nur im BEJ, das heißt Berufsgrundschuljahr, das heißt Urschule. Die Tätigkeit als Zimmerer im Allgemeinen bestehen darin, Holzkonstruktionen zu bauen, also zum Beispiel Gartenmütten, Holzhäuser und vor allem das Dach. Ja, meine Tätigkeit bei der Firma Bennett bestehen darin, die Hälzer anzureißen, auszuarbeiten mit Maschinen wie der Tischkettensäge, der Fräser oder der Kreissäge, dann werden die Spannen gepresst, da noch Betonen unten an die Spannen hinkommt, werden Lagerplatten eben eingepresst, dann werden noch für das Dach noch Sachen vorbereitet, wie Bretter angerissen für die Elemente und Wechsel zugeschnitten für Fenster, Kamin, Ausgänge aus dem Dach oder eben Treppen in der Kleberinlage. Ja, und alle diese werden dann zum Schluss zusammen verschraubt und werden dann weitergebracht in die nächste Station, wo sie anschließend gedämmt werden und eingeladet, dass sie fertig auf die Baustelle kommen. Mein Fazit aus dem Beruf ist es ein wirklich abwechslungsreicher Job, der dich jeden Tag vor Herausforderungen stellt, man ist auf Baustellen und im Betrieb und ja, man hat tolle Arbeitskollegen, mit denen man immer mal Spaß treiben kann und das macht Spaß. Das waren unsere Ausbildungsberufe und zusammen als Team entstehen Ihre Econ-Häuser. Lass dich ikonisieren! Lass dich ich mich an!